Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, Tobi, ein Diamantskin und Florie. Und ja, wir spielen mal wieder Minecraft Bad Wars wie so ziemlich jeden Tag, also wie jeden Tag. Und auch wieder zu dritt, die letzten Folgen waren ja ganz chillig, also kurz meine ich damit. Ähm, vielleicht können wir jetzt mal wieder eine Länge rausboxen, weil es 6er-Teams sind. Wir sind eben Team Blau, die haben auch noch 6 Spieler, zeitlich unentschieden sind 3 Stunden. Heißt, wir machen jetzt eine 3-Stunden-Folge, Leute, okay? Okay, okay, okay. Wir bauen uns jetzt einfach so hoch, wie ich, äh, wie bei mir letztes Mal gemacht wurde. Ja, woher willst du wissen, ob das vernünftig ist? Ja, aber in letzter Zeit hatte ich auch richtig gute vernünftige Teams, zum Beispiel da, wo Humaco drin war, den kenne ich noch. Ja, okay, das stimmt jetzt, okay. Da bauen sich schon zwei in die Mitte weiter. Humaco, ähm, sei gegrüßt. Und wen sollten wir nochmal grüßen, Tobi? Irgendwie Fabian Thomas oder so? Ja, ja, der war das. Moment, ich gucke sicher selber einmal kurz nach. Ja, aber das war er. Seid ihr zwei bei dem Kanal? MSG. Ähm, schon gelesen. Fabian Thomas, äh, hat da was geschrieben. Okay. Einfach der, ihr seid einfach der Hammer. Aber vielen Dank. Und zwar nicht Thomas und nicht Thomas. Keine Ahnung, ich denke, das... Thomas ist cooler. Ja. Ähm. Nicht Thomas. Hä? Ähm. Thomas ist wunderbar. Ähm. Hat sie zu ihr? Bzw. ich schreibe an den. Ähm, nee, mehr haben wir... Nee, ich weiß es nicht. Ähm, also wenn es du warst, Fabian Thomas oder Fabian Thomas, dann fühl dich geehrt. Äh, nein. Äh, dann viele Grüße von uns. Äh, wenn du es nicht warst, sondern irgendjemand anders, dann jemand anders, viele Grüße von uns. Ähm. Wir haben auf jeden Fall so halbwegs an dich gedacht, wenn... Ja, aber das war der Fabian Thomas. Ja, gut. Das meine ich unter das Aura-Video geschrieben. Ja, okay, wenn der es warst, dann hat sich das erledigt, wenn nicht, wenn es ein anderer war, dann grüßen wir dich im nächsten Video nochmal. Pass auf, Rot kommt, Flo, die müssen wir runterboxen. Oh, ich hab zwei Gold. Nein, ich bin ganz knapp an einem Vollequipten von Rot vorbeigesprungen. Oh Gott. Oh mein Gott bin ich... Oh! Boah, Digga! Ich hab viel Gold! Boah, Torden, nee, das ist zu heftig. Alter, jetzt... Hey, ich bin doch in deinem Team, Jade Zocker! Wir sollen Laulay grüßen. Ähm, Laulay, viele Grüße, wie heißt... Laulay, Laulay. Okay, viele Grüße. So, Leute, wie im letzten Video ja schon angekündigt, machen wir bald ein Community-Event. Welcher Part wird das, Torben? Ähm, 39. Wie im letzten Video ja schon angekündigt, machen wir bald so ein Community-Event, wo ihr alle mit uns Battlewatch spielen könnt und wir einen Stream machen. Aber da kommt ja ein Video raus. Also, wenn ihr da noch mehr... Ja, ja, genau. Wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt, guckt euch das letzte Video an und wartet auf das Info-Video dazu. Und... Ja, genau. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ist... Ähm, wir haben auch vor, ab Folge 40 von Badwurst, das ist Part 39, ab nächster Folge wollen, glaube ich zumindest, äh, wollen wir... Ähm... Ja, äh, wollen... 40! Nein, 41. Ähm, wollen wir Challenges machen, Leute. Und da sind wir wirklich auf euch angewiesen. Was ihr uns in die Kommentare schreibt, das wird gemacht und nur das, was ihr uns in die Kommentare schreibt. Digga, ich werde gerade geboxt. Nein, die haben das zugebaut. Wir sind blau. Ja, ja. Welches Team soll ich zerstören? Äh, grün. Grün nervt. Gelb hat zugebaut. Grün nervt. Ja, zugebaut, Flo, das ist halt so, ne? Bei Beat war's. Ähm, ich kann... Tobi, nicht so, nicht so. Oh, das war einer aus unserem... Tobi, das funktioniert nicht nochmal. Ich baue mich ja nur so. Achso, okay. Ja, okay, das ist gut. Weil wir haben... Ne, die Gold... Da spawnt ja auch Gold, schade. Oh Gott, hier ist ein Roter. Hau ab. Geht ihr was hier durch? Ist der hinter mir her? Nein. Okay, weil dann kann ich ihn gleich... Würde ich decken auch. Dann kann ich ihn nicht... Jetzt hat er unseren Weg abgebaut. Ich brauche Blöcke. Welchen Team gehe ich gerade? Gehe ich zu Rot? Blocker kann ich holen. Ich habe auch schon drei Gold, Flo. Also wenn du noch eins hast... Ich habe vier Gold. Du kannst jetzt einen Bogen kaufen. Ja, ja. Ich bringe aber erst einen Block ab. Ne, hol dir die, komm. Ja, okay. Danke. Hier, Flo. Hier, hier. Oh, hier liegen sogar noch drei Gold drin. Hinter dir. Sieben Gold. Wie viel kostet Besterbogen? Besterbogen, äh... 13 plus Pfeil 14. Nein, ich meine zweitbester Bogen. Ähm, sieben, glaube ich. Dann kann ich mir den holen. Ja, aber du brauchst ja auch noch einen Pfeil, ne? Also, äh... Ich kann... Ein Gold nur. Ich könnte dir auch einen Bogen geben, dass du dir ausrüstest. Nein, wir müssen ja rushen. Da, hinten. Der eine baut sich wieder... Nee, sonst kann ich ja oben nicht mehr schwimmen. Hier, hier kann man auch die Torben-Taktik machen, ne? Also, den Teich springen, das funktioniert ja immer. Ja, weil das funktioniert ja immer, wenn man ein bisschen zielen kann. Ich brauche ein wenig mehr. Ich kämpfe gerade gegen den Roten, aber den sollte ich eigentlich kriegen. Ja, hab ihn. Ach, der ist vernichtet. Armer Junge. Ach, Eisen. Boah! Oh, Joey, du hast mir gerade ein Herzenverrein gedingst. Ja, weil du so von hinten ankamst. Ohne irgendwas zu sagen. Ein Eisen, Leute. Ich hab Eisen in der Mitte. Ah, nee, ich brauche mehr Eisen. Naja, dann gehe ich jetzt. Du bist schon da, Tobi? Warte, ich schieße ihn ab. Okay. Moment, hätte ich jetzt ein Gold. Need Gold. Nice! Ist nur noch Bett von Team Gelb. Ja. Ich bekomme noch ein Gold. Ich brauche ein Gold, dann kann ich mir Eisenschwert und Bogen kaufen. Yes! Ja, ein guter Equipter ist von Gap Down. Ja, sechs, sieben, acht. Danke. Ich gehe jetzt auf Grün. Äh, Gap. Nee, Grün. Achso, du willst die jetzt töten. Aber ich brauche da für Bronzes und da campen die immer. Das ist so dumm, der ist aber immer. Okay, ganz kurz mal. Ja. Okay, ich brauche nur... Ja, warte, ich schieße den da eben runter. Oh mein Gott, das ist unser anderer dumm. Hier. Thank you. Very much. Joach, willkommen. Guck mal, er baut seinen Weg ab, aber er checkt nicht, dass er da oben noch einen Weg hat. Ja, ich weiß. Wie dumm sind die denn? Ah doch, der eine checkt das. Dann schieße ich runter. Komm, ein Eis, dann habe ich eine Eisenhacker. Lo, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getötet. Ah, ich habe eine Eisenhacker jetzt auch. Oh, der eine Eisenhacker. Du kriegst den. Nein. Er hat sich immer gegen den Pfosten gebrochen. Ja, warte. Achso, du hast ihn nur mit dem Stock geboxt. Achso. Weil dann hat es jetzt keinen Zweck, den mit dem Bogen abzuballern. Dann ballere ich lieber die ohne Equip mit dem Bogen ab. Oh. Nein, nein. Ja, Flo, die kommen, die runterschießen. Nein. Der hintere ist nicht so wichtig. Der vordere wäre wichtig gewesen, aber... Komm, Flo, komm mit. Können wir nicht jetzt gelb waschen? Nein, da sind noch welche. Oh, guck mal, da will sich ein Gelber zu uns bauen. Den schieße ich mal runter. Treffer versenkt. Oder... Flo, komm. Ich bin bei Rot. Wo bist du? Aber was will ich denn bei Rot? Ist die Frage. Der Gelbe fällt einfach mal runter. Hä? Was will ich denn jetzt bei Rot? Kann mir mal jemand beantworten? Äh, Items holen. Ja, super, aber hier war gerade noch ein Gelber. Ich dachte mir so, jetzt kannst du die Gelben töten, aber die haben ja noch ein Bett. Was will er jetzt unequip hier? Schreib mal, ähm, irgendwann. Über, über, morgen. Über, über, morgen. Flo, pass auf, kommt einer in die Mitte von Gelb. Unequiped, aber trotzdem. Soll ich nicht wo auch runtergeschossen? Und K.O. Wäre, warum immer das war. Flo, komm, soll ich mal zu Gelb gehen? Guck mal. Äh, pass auf, einer von Gelb baut sich zu und nicht zur Base. Den schieße ich wieder runter. Oh, auf mich wird geschossen. Dann bleibe ich mal zurück. Ja, ich wäre auch da. Ich kann mitzerstören. Ne, ähm, ich, ich hole mir jetzt ganz viele Blöcke und... Etwas billiger. Häh, 700 Abos? Junge, wo hast du denn deine Augen? Wir haben 800. Achso, Leute, bei der Gelegenheit, ne? Danke für 800 Abos. Ihr seid die geilsten. Kommt jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir jetzt schon mehr Abos. Ja, das kommt, hoffentlich. Das kommt jetzt ein bisschen spät, aber die haben, wir sind jetzt gerade in der Aufnahme. In einer Aufnahme. Lol, da oben ist einfach einer. Da ist einer von Blau. Oh. Blau hat ja noch einen... Ach, der ist doch bei mir. Blau. GG. GG. Aber echt. Der schießt mich einfach die ganze Zeit ab. Ich schieß zurück und dann checken wir, oh, wir sind im gleichen Team. Äh, ich kann gerade... Aber ich habe bei Ihnen auch einer. B, BDW... Nein, grün! Wie grün? Grün, ein grüner hätte mich fast... Ähm, er und ich machen jetzt vielleicht das Bett von Team Gelb, wenn wir gut sind. Jaja, hab ich kein Problem mit. Eigentlich schon, aber mach... Boah, der eine von grün springt einfach runter, damit ich den Köln... Oh fuck, ich habe 10 Gold dabei. So ein Arsch, ey. Mann! Soll ich nochmal lieber zurück und Stärke kaufen oder so? Ich habe... Ich habe auch noch 6 Gold. Mach, dann habe ich eine Chance, wenigstens das Geld zu kriegen. Oh, hier hat einer einen Bogen von Team Gelb. Ich habe gehört, der muss sterben. Oh, Team Gelb ist fast bei uns. Team Gelb ist fast bei uns. Puck. Moment, nein, ist okay, ist okay. Den haue ich weg. Den haue ich runter. Ja, ich gehe trotzdem zu uns zurück. So was will ich erwarten, Alter. Ein richtiger... So ein Typ. Es kann sein, dass Team Gelb skypt. Okay, ich renne zu Gelb. Ich habe keine Spitzze. Ich bin auch bei Gelb. Tobi, renne einfach mal hin und lenke die ab und dann komme ich... Oh, er hat mich gesehen. Nein, oh... Okay. Ja, jetzt wurde ich gesehen. Ich komme aber auch mit einem anderen. Wenn der jetzt mit rannt. Nee, der bleibt stehen. Flo, hau den da oben weg, der sich hochbaut. Nee, der ist weg. Nice. Okay, wir können... Aua. Oh, warte, ich kann nicht runterschießen. Oh, nee, doch nicht. Jetzt bewegt er sich. Das war der andere, glaube ich. Das war der andere. Das war der von Team Gelb. Nein, genau, das meinte ich. Nee, nee, das war der von Team Gelb. Echt? Doch, ich habe es doch gesehen. Doch, dein Weg. Ja, den hat der Team Gelb abgebaut. Ich komme jetzt einfach hoch. Oh! Fuck, die haben es gut zugebaut. Ich kriege... Ich kriege auf die Fresse. Nein, da war das Bett, da war das Bett. Ich bin tot. Ich bin tot. Fuck, fuck. Gelb kommt über den Hauptweg. Also von der Mitte. Zwei. Also einer ist jetzt gleich erst in der Mitte. Den kriege ich nicht, der hat eine Steinspitze. Ich bin tot. Wie kämpfst du den auch? Da ist aber ein anderer. Du musst, äh, wenn du null Equip hast, musst du seitlich rufen. Ja, aber ich will das nicht immer wagen, weil wenn ich dann daneben schiele, dann bin ich... Bin ich am Arsch, bin ich dann. Egal, sonst bist du so oder so tot, Torben. Ja, ja, ist in Ordnung. Ähm, kriege ich erst Bett, weil... Sind die alle tot bei uns? Ähm, nee, da ist noch der andere. Halt. Ähm, ich helfe euch jetzt beim Bett kaputt machen. Ich... Loll, Tobi, du kämpfst doch. Tobi, ich war... Ja, natürlich. Ich war schon... Ich war schon wieder bei... Sorry, ich dachte, wir warten. Wie, die kommen? Ah, sehr schön, der hat einen Bogen. Easy. Okay, Flo, komm, wir gehen jetzt zusammen. Ja. Wir sind ein gutes Team. Ja, ich war gerade schon beim Bett, die sind eigentlich richtig behindert. Ja. Aber dann, ich war halt geschwächt, hatte kein Essen. Flo, du tötest einfach, ich renne durch, okay? Du bist die Ablenkung, Daumke, Daumke. Loll. Loll. Hier ist einfach unser YOLO-Man mit dem Eisenschwert. Der ist echt YOLO. Ja, ich habe auch Eisenschwert. Ja, und ich habe noch Holzspitzhocke und wenn nicht. Oder ist das der Gelbe? Ne, das ist einer von uns. Ach, wir sind zu sechst. Stimmt ja. Ach, ne. Krass. Ich dachte, wir wären zu viert gechillt. Die bauen sich ganz hoch, da tötet der den aber jetzt. Nein, das ist nicht deren Ernst. Das ist... Flo, komm, schieß den schnell ab, bitte. Den? Ja, den, der sich bei Gelb da so hochbaut. Ja, ist egal. Ah, der ist runtergeflogen. Sehr schön. Da baut sich noch einer bei Rot hoch. Schnell. Schnell, die bauen sich bei Rot hoch. Abschießen, abschießen. Bei Rot hoch. Der ist aufs Dach gesprungen. Ach, scheiße, es besteht nicht mehr eine Verbindung von Rot in die Mitte. Jetzt muss ich über Gelb rennen. So eine Verarsche. Leute? Ja, ist ja eine Verarsche. Ja, ich habe dich ausreden lassen. Ist cool, ne? Der ist jetzt wieder auf den Turm gekommen. Der ist doch da von runtergesprungen. Der ist geflogen, mein Freund. Nein, der hat sich dahinter bestimmt hochgebracht. Aber wenn ich den von hier aus treffen würde... Ja, einer wollte mich töten, aber der... Ach, es leben hier mehrere Gelbe. Es gelingt man noch, wenn ich vom Grün fällt mir gerade so aus. Ich habe einen getötet. Tobi, die wollen wir... Ja, ich mache Grün. Yes, ich habe den Gelben runtergeschossen. Nice. So. Das heißt aber nie C. No, ihr lagen da noch viel Gold auf dem Weg. Ne C ist eine Stadt in Frankreich, mein Freund. Da war ich sogar schon. Wie weit bin ich noch entfernt? Oh, ja, sehr weit. Sehr weit. Pass auf, der hat einen Bogen. Hab ich doch schon gesagt. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja. Die habe ich dir geschenkt. Die habe ich da hingeworfen in meinem unglaublichen... Der hat eigentlich nicht mehr zu haben. GG. Leute, wieder eine positive Bewertung, ne? Ist Standard. Für, ähm, für Challenges bitte in die Kommentare. Und, ähm, Community-Projekt wird ein Infovideo gemacht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, haut da rein und ciao. Ciao.